Am Anfang war ein Traum. Ein einzelner Gedanke, die Vision von etwas Einzigartigem. Etwas, das es so noch nie gab. Dieser Traum durchdrang die Leere. Dieser Traum formte Welten, erschuf Leben und Wunder. Bis er endlich seinen Höhepunkt erreichte. Dich. Du trägst die Essenz des Göttlichen in dir. Du trägst die gesamte Weite des Kosmos in dir. Du trägst die grenzenlosen Möglichkeiten in dir. Du bist der lebendige Ausdruck dieses Traums. Und dafür wurdest du kreiert. Bist du bereit, deine wahre Natur zu entfalten? Bist du bereit zu erleben, dass alles bereits in dir steckt? Divinity Entdecke deine innere Göttlichkeit Und darauf, bis eben diese Zeit, dass du unter anderem gemerkt hast. Bis morgen hat die Weile noch reinsetzen. Bist du hier reint... Vielen Dank.